Ja, ich auch. Danke. Ey, es geht um Loo hier. Okay, gerne. Ja, ich weiß nicht. Ja, das war schon. Ja, eigentlich nicht, aber... Das andere wollte ich nicht sagen. Ja, dann nehmen wir halt Kenny mit. Der wird schon wieder... Wir beide sind ein gutes Team. Wir können doch Kenny mitnehmen, wir können Luke finden und dann sind wir ein super Team. Ja. 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 Ja, hat's schon recht. Ja. 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 Neh, genau, differ Graham. Ja. 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 Sind wir die Karte, immer gegen mich? Ja. Oder. Ich wollte gerade sagen, eigentlich sieht der ja tot aus. Kuh oder was? Ich bin Starkler, dachte ich mir. Was? Das war doch in der Vorschau. Ja, irgendwie schon. Siehste? Es war doch gut zu rufen. Sag ich doch. Das war crazy, aber es war gut. Oh Gott, ja, der wurde ja auch angeschossen. Scheiße. Aber okay, das ist los. Das ist nicht gut. Hm. Goodbye. Ja, natürlich, Kuh. Ja, ja, ich weiß schon, ich komme damit schon klar. Ah, ich weiß. Ja, genau. Oh, ja, nice. Danke schön. Oh, Sarah, goddammit. Okay. Komm in den Kopf, Cam. So, das sah schon gut aus. Ah, ja. Danke, Jane. Jane ist so cool. Jane kann mir so viel beibringen. Ich sollte mit Jane zusammen. Oh, Gott. Oh, Gott. Ja, wir müssen ein bisschen her. Ja. Hm. What? Du Fickarsch. Oh, jetzt kommen sie eh schon. Schön. Genau, sie ist ehrlich. Ja, cool. Fuck it. So, geht doch. Sie ist so, Jane muss sich gar keine Sorgen um mich machen. So, wollen wir das gleiche jetzt durchführen? Meinst du, wir kriegen das hin? Ja, wir können schnell lernen. Hm, ja. Hm. Ich glaube, ich bin ein bisschen verliebt. Ja. Ja. Ist das Saras Vater in der? Stimmt, der ist doch schon tot. Oh, das ist lustig. Äh, ich weiß... Okay, ich hab grad nicht ehrlich zugehört. Ich hab grad nachgedacht. Das hört sich nicht nach Luke an, ich find das... Das hört sich irgendwie nach ihrem Vater an. Das würde mich sehr verwunden haben. Die Rupe? Echt? Kann ich mich irgendwie noch mal umgucken? Kann ich noch mal irgendwie hier raus verlasse? Ich will mich hier noch mal ganz kurz umgucken, bitte. Aber ansonsten kann ich natürlich auch gucken. We're gonna get up and go. Das find ich besser, als da irgendwie am Fernseher, weiß ich nicht, dagegen zu schlagen. Warte mal. Geh durch leeren Anhänger... Okay. Vielleicht funktioniert die Rupe auch gar nicht. Geh durch leeren Anhänger, soll ich das jetzt wirklich tun? Achso. Alles klar. Alles klar. Ja, ich verstehe. Alles klar. Ich geh jetzt auf die Hupe. Soll ich nochmal mit dir reden? Aber ich geh auf die Hupe, denke ich. Ja, das weiß ich doch. Ja, ich weiß doch. Ich weiß doch. Ich wollte nur mal gucken, was du so sagst. Ach, da kann ich sie rufen oder was? Die Schreune. Ja, aber Sarah ruft ja genug. Das hat keinen Sinn. Ja, 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 ist okay. Ich mach das jetzt. Ich mach das jetzt, sonst kommen wir hier nicht weiter. Das sieht doch gut aus. Was? Oh nein. Okay, okay, wir brauchen irgendwas, was mit die Hupe anbleibt. Dann schlage ich halt doch mal auf den Fernseher ein und schau mal, ob irgendwas runterfällt. Ne, das meine ich so nicht eigentlich. Vielleicht brauche ich doch irgendwie... Ne, den Streuner haben wir hier irgendwie noch einen, den wir untersuchen können. Vielleicht sollte ich den untersuchen nochmal für was für die Hupe. Wie legen wir ihn? Das läuft ja auch geil. Oh, cool, natürlich, ich bin Schattler. Sehr geil. Oh Gott, oder auch nicht, ich hab Angst. Jetzt schnell durch den Trailer. Ja, zumindest die sind ja hoffentlich dann erstmal an der Barrikade, hoffe ich. Ja, jetzt schnell vorbei, ich muss gar nicht laufen, das macht sie alleine, Gott sei Dank. Boah, die sieht aus wie Sarita irgendwie. Oh nein, nein. Achso, Knie, Knie. Ich hab's nicht. Hallo, Knie. Nicht sterben, ich sterbe. Ich wollte aufs Knie gehen. Oh, Leute, ich bin sofort ungespannt hier irgendwie. Oh, einen Moment. So, ich will jetzt, dass der Knie-Trick funktioniert, bitte. So. Geht doch. Verdammt. Ich war einfach zu lang gebraucht. Was? Dieses von wegen... Sind wir sicher, dass er wirklich tot ist? Vielleicht war er ja gar nicht tot, richtig, ja? Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it. Na toll. Na toll. Ähm... Was? Oh, der Scheiß. Fuck it, fuck it, fuck it. Ey, wenn ich das schaffe, warum sind die Zombies nicht schafft? Oh, krass, die Jane. Hilfe. Äh, cool. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. O mein Gott, oh 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 mein Gott, ohwalk, oh nein. Ah! Zorigine. Das ist doch Luke. Krass. Der isterofläch, das ist mit ihr zu einem Tasch lasten. Ciao. Eigentlich aus um 프�utzende Was? Ich dich da sind. Ja, das glaub ich. Aber ich bin ihre Freundin. Hm, scheiße. Ich bin auch ihre Freundin. Ich hab deine Brille. Ja, die ist total unter Schock. Ja. Oh, fuck, wir müssen ja weg. Gib mir, ich will ihr mal die Brille. Ich hau ab, ne? Oh, okay. Ja, ich weiß. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ich bin ihre Freundin. Gib mir mal die Brille, bitte. Oh, okay, 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 okay. Oh, fuck it. Ich weiß, wie du jetzt fühlst. Es ist eine der schlimmsten Gefühle in der Welt. Seit den Walkern. So viele Leute, ich weiß, haben sterben. Leute, die ich liebe. Und für dumme Gründe. Oh. 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 Alter. Okay. Ok. Sarah wird sich daran erinnern. Bitte Sarah, bitte Sarah, komm zurück. Danke, ja, gib dir in den Kopf und bitte Sarah. Oh Gott, kann es echt sein, dass sie dann auch nicht mitgehen, wenn wir irgendwas anderes machen? Ich dachte auch, Freunde, geht immer. Oh Gott. Okay, okay, ich bin wieder mal hier auch mit alleine geschenkt. Hier, da, das, das, das. Nimm es einfach. Okay, äh, ist okay, äh, das ist nicht mitgenut. Ja, habe ich mir auch schon geholfen. Äh, ich kann gar nicht sonst gucken. Ja, wir haben sonst nur das, ne? Scheiße. Oh Gott, Luke geht auch noch drauf, ich sehe es kommen. Oh Gott, cool. Oh Gott, ich hoffe, Sarah macht jetzt mit hier. Wenn Jane jetzt draufkommt. Ja, 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 ich... Oh Gott, okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Ich drücke, ich drücke schon, ich drücke schon längst, bevor es überhaupt kam. Oh Gott, Jane, oh Gott, ich habe so Angst um Jane. Jane, come on. Und raus. Ja, ab jetzt. Ah, toll, der macht seine Rippen. Klasse. So was hat aber... Äh, Kenny auch schon mal. Sarah. Oh Gott. Ernst, hab jetzt. Wenn sie nicht wollen, dann kannst du sie nicht machen! Dann kannst du dich auch nicht wiederholen. Nicht wiederholen. Ja. Hurry up! Da hat sie irre. Okay, ich habe sie jetzt echt gerettet, oder was? Crazy. Man hätte sie echt verlassen können halt auch, ne? Also... Ich weiß nicht, ob es überhaupt gut ist, sie mitzunehmen. Das habe ich mir vorhin schon gedacht. Das ist irgendwie gemein, aber... Oh Gott. Nein! Ne, so kann ich nicht denken. Clem hat es auch geschafft, von dem kleinen Mädchen zu dem jetzt hier zu werden. Das kann Sarah auch schaffen. Sie wurde halt einfach zu lange zu... ...doll beschützt. Das ist das Problem. ... ... ...